So liebe Fußballfreunde, es ist wieder Mittwoch. Florian? Lang, lang ist her. Wir wissen schon immer, wie es geht. Stehen wir noch halbwegs im Bild. Alles an? Alles an, alles im Bild. Ja, wir müssen uns noch ganz schön weit zurückspulen, weil wir eine Winterpause hatten. Dann ein bisschen Urlaub, muss auch mal sein. Und jetzt müssen wir euch wieder auf den neuesten Stand bringen. Oder wollen. Florian, wo fangen wir an? Was ist das letzte Ereignis? Das letzte Ereignis war unsere FIFA-Weltmeisterschaft. Ja, FIFA-Weltmeisterschaft. War sicher gut, Fotos waren ja alle im Netz schon drin. Könnt ihr euch alle angucken. Wir wollen bloß nochmal sagen, das Ergebnis sozusagen. Das Ergebnis, also dritter war der Jodler, Chris Imus. Ja, greift auch immer mal so ein paar Sachen ab, ja? Ja, da ist immer euch mit dabei. Aber, naja. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber was noch viel schlimmer ist, war war ein Zweiter? Der Freunde von mir, ja. Das hätte noch nicht passieren dürfen. Na ja, gut. Wenn sie so Jus' Fußball spielt, auf der Blasey. Ich habe jetzt erst ihr Bestturnier, oder ihr besten Bestspieler, aber auch eine Frau auf dem zweiten Platz. Ja, seitdem die Waschmaschinen haben und nicht mehr an den Schluss gehen müssen. Da haben die auch Zeit für sowas. Ich habe mir einen Ecopter gekauft, so für kleine Kinder, das ist das für mich. Ich starte, funktioniert nicht. Meine Freundin, die hat es besser hingekriegt als ich. Also ich sehe schon, dass wir auf alle Kochkurse mitmachen müssen, weil unser Feld langsam von Frauen veragert wird hier. Ja, ihr tippt hat man ja auf den ersten Platz in Vorjahresieger, aber... Ja, er ist ausgeschieden. Er ist ausgeschieden. Und wer hat gewonnen? Christian Janke. Hatte vor's Jahr in, da ist er mich herausgeflohen und hat dann im dritten dann gemacht, weil er mich herausgeflohen ist und hat dann ums Dings gespielt. So war's. Also, Janke Christian hat im Pott geholt. So, für unsere Eltern und Kameraden haben wir dann was gemacht? Skat-Donier. Ja, weil Skat-Donier, weil die Jungs-Stars, die wissen nicht mehr, wie das ist. 18, 20 ist es vorbei, ja. Ich war gut bei der Jüngste. Traurig, ja. Und die sterben langsam aus, deswegen müssen wir noch schnell ein paar Skat-Donierer machen. Ein paar Skat-Trainings-Einheiten. Ja. Lesen wir mal vor. Erster. Makart Michael. Jawohl. Zweiter. Ludwig Jürg. Dritter. Gießlich Alfred. Oh. Der Name kommt mir so bekannt vor. Vierter. Renate Losack. Wieso geht's diesmal bis fünftend? Fünfter? Weil ich sagen wollte, dass... Was ist das hier? Fünfter ist der Herr Florian Butter. Ja, Sechster. Gießlich Mike. Oh, das hätte nicht passieren dürfen. Florian vor mir beim Skat. Ja, das passiert doch mal. Na ja, das war, weil ich gleich, das erste Spiel, was ich gemacht habe, habe ich gleich mit dreien verkackt. Jawohl, jetzt mit dreien verkackt. Na ja, da habe ich erst mal mit 100 da hinten gelegen. Ich habe den anderen erst mal Vorsprung gegeben. War, der Vorsprung war zu groß. Ja. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. War auch eine gute Sache. Okay. Wollen wir euch aber natürlich über Fußball berichten. Das sind ja in der Zwischenzeit schon der ersten Punktspiele gemacht worden. Und natürlich auch noch schnell die Ergebnisse von den Vorbereitungsspielen. Das erste Spiel haben wir gemacht. Jegen? Wilmerstedt. Ergebnis? 1-3 verloren. Das war ja, wo wir auf dem Schneeplatz rumgewellert sind. Dann das zweite Verbreitungsspiel. War gegen Boina in Boina 2. Äh, gegen Boina 2. Ja. Haben wir gespielt? 1-6 gewonnen. Ja. Und dann? Dann jetzt war am Wochenende, schon aktueller, nicht nur Pausen. Erster haben wir 4-2 gewonnen. Zuhause. Ja. Das liegt sich alles ganz gut. Erstes Spiel kann man ruhig mal, wenn man Jan kommt nochmal verlieren. Und dann in Schwung mitgenommen. Und jetzt werden wir mal sehen, ob wir die gute Ausgangsposition, die wir uns immer hinrunde erarbeitet haben. in einem Rückrunde verteidigen können. Ja. Wir können nochmal schnell sagen, oder kriegen wir zusammen, Obhausen spielt Kreisliga? Obhausen spielt Kreisliga. Boina? Kreisliga. Und, wollen wir schon? Müsst ihr jetzt auch nicht. Das ist ja der Nebra-Kreis. Ich denke mal, ob Kreisliga. Ja. Okay, für alle, die es genau interessiert. So, dann hat man die Nachholenspiele ja schon gemacht, jetzt am Wochenende. Jegen? Obhausen 2. Also 2. Leider von uns, sehe ich noch Obhausen 2. Ja. Und da haben wir? Einzel gewonnen. Ja, sehr schön. Hat das gleich tabellmäßig was ausgemacht? Ja, wir haben noch 7. 7. Mit 7 kann man mal gut leben. Okay. So, und dann, wie gesagt, war jetzt ein neues Spiel in der Pausen, was wir gerade gesagt haben. So. Es war natürlich noch ein Spiel von der B-Juron. Wie haben sie gespielt? 1-1. Ja, haben 1-2 hinten gelegen zur Pause. Und haben dann noch 1-1 gemacht. Tor oder Jodler. Also er kann nicht nur Playstation spielen. Er kann auch im wahren Leben mal Tor machen. Okay, da ich in Urlaub war, lassen wir das mal so im Raum stehen. Und wir haben dann nächste Woche, dass wir da mit den Spielen ausführlicher machen. Wir müssen erst mal sehen, dass wir da alle in Yang kommen. Dann steht hier noch Beiträge, Florian. Ja, Beiträge, also wie gesagt, von Vorstand aus, es ist Februar. Ja, also wie das in anderen Veränderungen ist, Kohle brauchen wir. Und alle dran denken, Beiträge rechtzeitig bezahlen. So, da müssen wir natürlich jetzt noch allen sagen, was jetzt das Wort in den Anlicht. Nämlich? Genau, Punktspieler. Genau. Und wer? Der 1. spielt gegen Dolwitz, 14 Uhr. Und die 2. spielt gegen Knabendorf. Da muss man auch 12 Uhr sagen. 12 Uhr. Genau so sieht es aus. Und wir haben ja noch eine Mannschaft am Start. Am Sonntag spielen wir in den Begugend. 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 Auswärts in Lübün. 10.30 Uhr anstoßen. Abfahrt ist 8.30 Uhr. Genau. Und für die Handmannschaften da jeweils eine Stunde zu Hause. Ja, da sein. Müssen wir abwarten mit dem Wetter. Wir haben heute ein bisschen Training gemacht. Es ist gefroren. Mit Multinocken, so kann man schon, könnte man schon spielen. Sollte es natürlich wärmer werden und der Frost rausgehen, wird es schwieriger. Bei der B-Jugend müssen wir sowieso warten, was Lübün sagt. Woran ihr heute schön ist? Wir hatten heute den Lehrgang. Was haben sie euch gelehrt? Was habt ihr gelehrt oder was? Nein, wir haben uns gezeigt, wie man online Spielberichtsbögen ausfüllt. Genau. Ja, weil es geht jetzt los. In den noch höheren Klassen ist es ja schon Young und Jewe. Bei uns kommt das jetzt in der Rückrunde, dass wir die Spiele online melden. Melden, sagen wir mal so, ja, dass man dieses Spielformular fällt sozusagen weg. Und wir machen das gleich online. Kann man die Aufstellung gleich so machen. Ist ja eine schöne Sache, wird dann gleich, wie du es sagst. Ja, dass dann eine Stunde nach dem Spiel ungefähr, circa, schon alles Ergebnis drin ist. Aufstellung, gelbe Karten, durchschützen. Ja, jetzt du mir das sozusagen gleich ausfüllen, was vorher die Staffelleiter wahrscheinlich mühselig von den Formularen abgetippt haben. Abgetippt haben. Wird so gewesen sein, ja? Ja. Und jetzt werden wir sehen, dass wir das entsprechend auch machen. Sind wir entsprechend ausgerüstet? Auf jeden Fall. Ja, wir haben also, Gott sei Dank, schon lange durch der Webcam haben wir hier schon 16.000 DSL, Laserdrucker, also wir sollten das hier kriegen. Ausbilder ist auch bloß Edge, ja. Naja, Loser. Also wir sind so schnell, so schnell, so schnell, so schnell, so schnell kannst du dir das nicht bedienen, wie das übertragen wird hier bei uns. Ja, müssen wir jetzt mal abwarten, wie das in anderen aussieht. Also, die meisten sind vor allem die Dinge schon, dass die in der Lage sind. Auch dann mit Funkverbindung gereicht, ja. Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar Probleme. Naja, die Klupe Gauer, das ist, aber sie werden eine Lösung finden, wenn nicht müssen sie mit dem Schichtbus in den nächsten Ort fahren, wo der FCD brennt und wir mit jedem, ja. Da spielen wir das hier schnell ein. Ja, da müssen sich die Schiedsrichter natürlich auch ein bisschen einstellen, das alles online zu machen, aber ich denke, das ist eine Sache, die sicher machbar ist. Und ich habe es hier im Freundschaftsspiel bei Beuna schon mal mit durchexerziert. Leider falsch, ja. Ja, es hat leider der Schichtschichter danach falsch ausgefüllt, ja. Aber da gleich mal beispiele, wie es nicht geht. Hat das Ergebnis verdreht. Und muss das dann natürlich mit dem Staffelleiter dann ändern. Aber da habe ich unsere Mannschaft schon mal zusammengeschoben. Das geht herzipatzi. Kann das schon mal vorher speichern und dann freigeben, wenn es so weit ist. Und dann mal kleine Änderungen vornehmen. Gut, Florian, haben wir noch irgendwas? Nö. Eigentlich nicht. Ja, Spanien fährt, rückt immer näher. Ja, müssen wir schon in der Endphase, müssen wir schon langsam gucken, ob die Ausweise nicht alle abgelaufen sind, dass sie uns reinlassen. Aber es gibt ja keine Grenzüberlänge mehr. Steffi fährt doch nicht mit. Steffi hat ja Probleme mit dem Ausweis. Ja. Okay. Kriegen wir das hin? Wollen wir nicht so viel? Du musst euch erzählen, wer Dortmund gespielt. 2-2. Ja. Gut, Aussageposition. Geh ich hin. Schach. 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 Dann jetzt. Ja, alles mit Schüsse und Düsse. Okay, Manners. Bis nächste Woche. Tschüss.